Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Zukunft Ist es nicht unsere Aufgabe, uns für jede einzelne Zukunft einzusetzen? Zuhören, was sich die Menschen wünschen und was wir dafür tun können? Lisa will mal Astronautin werden, denn da hat sie gelernt nach den Sternen zu greifen. Andrei will kein Astronaut werden, aber seine Gegner auf den Mond schiessen. Vivi will immer den richtigen Ton treffen. Marina gibt lieber den Ton an, für einen nachhaltigen Planeten. Dario will nicht nur weiterkommen, sondern weitkommen. Claudio will heute gut anziehen, denn er liebt es anziehen. Samira träumt lieber Inden, statt von den eigenen vier Wänden. Sarah findet Finanz- und Vorsorgenthemen sind Frauensache. Joya glaubt das auch und braucht für das gleich das Handy. Die Binia schafft Gera. Und Dominik sorgt dafür, dass das auch ihr Vermögen macht. Danina ist Mitarbeiterin von GKB. Und sie wünscht sich die Mitarbeit von GKB, wenn es um ihre Zukunft geht. Und Nils will den Weltrekord brechen für das schnellste Lachen überhaupt. Wie auch immer ihre Zukunft aussehen soll. Wir sorgen dafür, dass es nicht irgendeine Zukunft wird. Sondern die beste Zukunft aller Zeiten. S Bagot Martin at 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 S at 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 at